Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Andrea Pirlo soll vor einer Rückkehr zu Juventus stehen. Urheberrecht Getty Images 4. März 2019 11.43 Uhr. Andrea Pirlo befindet sich offenbar in Gesprächen mit seinem ehemaligen Arbeitgeber Juventus Turin. Die frühere Superstar könnte als Trainer zurückkehren. Die italienische Fußball-Legende Andrea Pirlo kehrt womöglich zu einem Ex-Club zurück, wie Corriere della Sera berichtet, verhandelt der ehemalige Weltmeister derzeit mit Juventus Turin. Pirlo, der von 2011 bis 2015 für die alte Dame spielte, könnte bei seinem Ex-Arbeitgeber die Rolle als U23-Trainer übernehmen. Derzeit ist der 39-Jährige als TV-Experte bei Sky Sports Italia tätig. Seinen ersten Trainer pusten würde er dem Bericht zufolge zur neuen Saison übernehmen. Im vergangenen Sommer machte Pirlo bereits einen ersten Trainerschein, der ihm den Einstieg bei Juve ermöglichen würde. Der aktuelle Trainer der Juve-Reserve, Mauro Cironcelli, soll vor dem Aus stehen, weil der angestrebte Aufstieg in die Serie C verpasst wurde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017